Ja, und es geht weiter mit der Sci-Fi-Action bei Hard Reset. In der letzten Folge haben wir eigentlich ganz gut schon, oder ich habe schon ganz gut, äh... Wow! Oh, oh, shit, shit, shit. Ich glaube, die kommen nur von hier rein. Da habe ich schon ein ganz schönes Problem. Oh, Gott, das war knapp. Die Waffe finde ich geil, muss ich mal so sagen. Ähm, die Grundlagen habe ich schon ganz gut kapiert. Ah, dann kriege ich auch nach Bauer und das gute Multikillen sozusagen. Warum mache ich da immer noch Actionmusik? Okay. Wow! Freundchen! Was ist das hier? Keine Ahnung. Irgendwas. Ich muss mal jetzt wirklich auf die Sequels achten, aber wahrscheinlich habe ich die ersten Sequels nicht gesehen, weil ich da halt irgendwie den Anfang gegammelt habe. Aber... Ah, guck einer an! Was soll ich denn da machen? Ist doch beschiss! Ja klar, Mann! Ist doch kacke! So ist es doch rotz! Ah, gut, okay. Ich habe es bekommen. Hm. Da hätte ich raufschießen können wahrscheinlich, oder? Ich habe keine Ahnung. Bestimmt. Wow! Okay, ja. Oh, shit. Das wäre gar nicht mal so gut gewesen. Aua, das macht derbe Schaden. Verdammt. Geh den... Verdammt, ich wollte gerade sagen, ich gehe den anderen... Alles klar, es hört auf. Vielleicht nur kurz, oder? Scheiße. Was habe ich denn? Oh! Oh, Glück gehabt. Was auch immer das war... Ah, ich glaube, das ist geil, ey. Oh, oh. Hinter mir. Oh, scheiße, scheiße, scheiße. Ich bin noch hinter mir. Hinter und vor mir. Das ist unfair. Bin ich ganz schön unruh von euch. Oh, jetzt war es aber knapp, ey. Das Schild war schon unten gewesen. Läden gehen so. Wie ist es mit meiner Munition? Ja, das ist noch... 50-50. Der Harmonie müsste ich vielleicht auch mal skillen. Schon... Oder mal verbessern. Skillen ist gut. Hier kann ich lang, aber hier kann ich auch was machen. Geh auf. Achso, ich muss hier so lang. Oh, yes. Okay. Ja, es war schon wieder ganz schön knapp eben diese eine Situation. Aber man braucht, muss ich ganz ehrlich sagen, auch nur diese beiden Tasten. Das reicht schon völlig aus. Müsste ich aber für vielleicht auch mal noch die zweite Funktion skillen. Ich bin nicht der Meinung. Ach, und diese Zahnräder kann... Äh, die Räder kann ich auch abballern, denn... Ah, ich wollte aber erst lebensskillen. Das wäre mir echt ein bisschen lieber. Gut, okay. Okay, machen wir mal weiter. Oh, okay, speichern. Was war das? Oh, ich muss kurz an der Nase kratzen. Das ist wichtig. Okay, das Game ist... Bis jetzt gefällt mir das Game echt klasse. Okay, das ist richtig, richtig geil, finde ich das. Okay. Da komme ich hoffentlich noch ran. Nicht, dass ich hier diese... Irgendwelche Magnet-Techniken dafür lernen muss. Okay. Die Heilung brauche ich jetzt erstmal noch nicht. Okay, könnte sein können, dass sich hier irgendwas eröffnet dadurch. Nein. Hat es aber nicht. Muss hier echt vorsichtig sein. Und mir gefällt es gar nicht. Na, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Okay. Das ist ganz schlecht. Okay, der ist schon kaputt. Das ging recht schnell. Zumindest droppen die immer ganz gut. Ähm, Muni. Der ging wirklich schnell da. Oh, na gut, ich habe eine volle, aufgeladene Dosis gegeben. Hat das irgendwas gebracht? Nö. Hier ist auf jeden Fall nochmal Muni oder Erfahrung, wie ihr wollt. Hier kann ich mich nochmal an ein Gerät ran gehen. Ich gehe auch mal ran. Wieso kann ich da noch nicht ran? Kostet das so viel? Ich habe jetzt noch nicht ganz kapiert, was ich dafür machen muss. Ich wollte erst mal noch gucken, ob ich bei der Pistole, äh, bei dem Stummgewehr auch schon mal eine zweite Funktion holen kann. Ah, genau, Granatwerfer. Kickenmodus. Ich weiß, bis jetzt auch immer noch nicht. Hm. Was? Verbessert er? Aoi, Effekt. Ops, falsche Taster. Ich hätte wahrscheinlich das immer eher bei der anderen. Ja, ja, gut, was das macht, weiß ich selber. Das ist vielleicht sogar teilweise gar nicht mal so schlecht, weil es ja Instantballat. Ach, ich wollte Muni. Ich denke jetzt daran, das nächste Mal wirklich die Munis zu skillen. Zu upgraden, Entschuldigung. Wird die Kamera zerstört, bringt das irgendwas? Nö. Die ganze Werbung hier ist so geil, ey. So dämlich. Okay, speichert. Okay, okay, okay. Was auch immer ich dachte, dass ich das wieder bekommen habe. Okay, okay. Ich bin mir schön vom Fersen. Okay. Cool. Das ist schon geil. Coole Sache hier. Was? Füllen sie auf, sagen, geben sie, ja. Ja, ist mir schon klar. Hätte ich schon gemacht. Weil das ist ja wieder so eine Sache, so eine Szene, wo ich ja nicht zurückkomme. Das dachte ich mir. Und voll. Oh, ich wollte gerade sagen, ey, das kann der nicht überlebt haben. Oh, oh, aber der hier. Weißt du nicht, ob da noch jemand kommt? Hey, ich bin zu aggro hier, mein Freund. Hey, nichts. Ruhe jetzt. Der lebt immer noch. Oh, oh, da kommt noch was. Ah, shit, 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 shit. Kack dich ja. Oh, oh, da kommt noch ein großer. Weg, schön weit weggehen. Komm mal her. Gut, 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 gut. Oh, oh. Das wollte ich auch gerade machen. Alter, down ist der. Okay, das war jetzt aber nur Munizium, was das erhöht hat. Und hier ist nochmal Leben. Heftig. Alter, die ganze Explosion sind schon cool. Na gut, Munizium ist ja voll. Da ist nochmal ein Ventilator. Den sollte ich auch nutzen, wenn ich kann. Aber ich muss auch gucken, ob dahin da ein Secret ist. Das ist noch die eine Sache. Haha, geil. Oh, Mann. Ja, das hat den Entwicklern bestimmt Spaß gemacht hier. Na gut, ich gucke jetzt mal. Ich gucke aber sofort, als ob ich hier lang könnte. Kann man hier irgendwas machen? Nee, oder? Warte, da war ja was. Ah, hier musste ich... Was aktiviere ich denn hier? Ja, ich weiß es, ich habe es gesehen. Wir aktivieren es einfach mal, prophylaktisch. Schalter ist nicht aktiv. Achso. Kein Strom da drauf. Da ist nochmal ein bisschen... Vielleicht ist es aber auch links da, die gelbe Anzeige. Ich habe es bis jetzt noch nicht ganz so kapiert. Vielleicht dein mal ein Secret. Das ist das Problem. Man kann halt nicht wissen, wo alles ein Secret sein könnte. Oh, verdammt. Du bist zu mir so nah gekommen. Okay. Ähm, oh yeah. Warte, ich will mich jetzt umschauen. Die Kameras gucken mich an, da unten hinterher. Ist das schon im Opferfall? Oh, fuck, 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 fuck. Äh. Ich wollte aber nur normal schießen. Alles klar. Ah. I know. Hätten sie aber einfach nur per Rechtsklick machen können, wa? Gewehr. Na gut. Egal. Und so schnell explodiert es gar nicht. Hier kann man noch nichts ändern. Karnatengewehr. Gut, wir machen es einfach jetzt an. Herr und Herr. Wow. Habt ihr das Gefühl, dass es ein Fehler ist? Wir werden es sehen. Der Hauptrechner der Fabrik wurde benutzt, um die Verteidigung der Stadt zu durchbrechen. Finden wir den Hauptterminal und platzieren Sie dort einen weiteren Teilsender. Jetzt haben wir... Ach, die Upgrades kommen erst mit einem bestimmten Level. Oh, oh. Verdammt. Oh, scheiße. Ich renne hier mal weg. Okay. Was war das jetzt? Wo ist denn der hin? Ah, die sind alle tot. Okay. Hat zum Glück ausgereicht. Das war klar. Oh, fuck. Okay, Moment. Oh, scheiße, Freunde. Es sind zwei. Okay. Okay, den einen habe ich schon mal. Aber ich glaube, da kommt noch einer. Freunde, wir sehen uns erst in der nächsten Folge wieder. Ich mache hier einen Cut. Das ist mir gerade zu heikel. Ciao. Nicht vergessen, Freunde, mir noch einen Comic zu hinterlassen. Über einen Daumen hoch würde ich mich auch sehr freuen. Und wenn ihr auf den aktuellen Stand bleiben wollt, dann abonniert mich doch. Ich bere heute um meinen AbenteATOR. Ja, ich bin so gut. Wer kann hierher maasiathen.